Meine kleine Schwester wurde von der Brücke runtergeschmissen. Ihr hattet auch schon alles der Polizei Bescheid gegeben. Ja. Aber ich hab das Gefühl, die kümmern sich da nicht so richtig drum. Verstehst du? Nee. Wenn man aus 8 Meter Höhe von der Brücke ins Wasser fällt, was kann da passieren? Wenn Sie Glück haben, passiert nichts und wenn Sie Pech haben, kann das Genick brechen. Wie viel Pech? Haben Sie eine Pech-Skala? Mal bis 10. 7? Hat Ihre Schwester irgendwelche Feinde? Ich wollte mal mit der Frau Passe sprechen. Wieso? Ich hab eine wichtige Info für Sie. Hast du den Typen hier sehen? Ja. Weißt du, wo er wohnt? Ja. Wo wohnt er denn? Direkt bei dir gegenüber. Ich hab die Post geholt und er lag zwischen den Bremen. Will er mich umbringen? Der will, dass du dir zujibst. Aber was? Ich hab nichts gemacht. Ich hab der Silke ja gesagt, dass er besser aufpassen soll. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas Außergewöhnliche passiert? Na, irgendwas, was Sie überrascht hat? Ich lass mich eigentlich nicht überraschen. Wie meinst du mit? Na, wenn was schlecht passiert, hab ich in der Regel mit gerechnet. Und wenn was Judith passiert, dann passiert es nicht. Ich. Ah! Ah! Kennt ihr das nicht, wenn man auf einmal was denkt, was man vorher noch nie gedacht hat? Ne, nicht so okay. Ja. 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 Ja.